Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsvideo und zwar habt ihr es ja schon in dem einen oder anderen Video oder auf dem Discord mitgekommen, denn am Sonntag, dem 16.09. wird es unseren 1000 Abonnenten special Livestream geben, der gute Dennis wird da sein. Starten wird das Ganze um 11 Uhr auf diesem Kanal, das heißt wenn ihr die Glocke auf jeden Fall noch nicht aktiviert habt, sowieso tun, abonnieren sowieso und das Ganze natürlich rot in den Kalender markieren. Denn Leute, es wird fett, denn ihr seht schon, alles das, was wir hier haben, wird auf jeden Fall in diesem Stream geöffnet und Dennis hat noch bei sich zu Hause einige Boxen, Majestät der Drachen organisieren können und so weiter und so fort. Also Leute, dieser Stream wird sowas von heftig, wir haben uns Giveaways überlegt, die den ganzen Stream überlaufen werden, das heißt ihr bekommt immer mal wieder die Chance was zu gewinnen. Wir haben uns das so vorgestellt, yo, wir haben jetzt das und das, das möchten wir kurz raushauen, macht mit. So, und dann wird der Gewinner ausgelost und generell, wie gesagt, wir machen dann Openings, wir möchten im TCGO natürlich auch noch einige Openings machen, wir möchten einfach gegen euch zum Beispiel auch im TCGO zocken. Deswegen Leute, es wird einfach mega, es wird quasi eine Riesenparty und ich habe mega Bock da drauf. Ich hoffe ihr auch, das heißt wir sehen uns am Sonntag spätestens um 11 Uhr wieder zum Livestream. Wir haben uns da wirklich was Schönes bei überlegt und es steckt auch ein bisschen Mühe in dem Stream, deswegen Leute, schaut einfach vorbei, wir freuen uns auf euch. Haut rein, bis dann und ciao!